Hallo, ich bin der Justin, ich bin elf Jahre alt und hier im Handballcamp gefällt es mir ziemlich gut, weil wir machen auch viel Ausdauertraining, Wurftraining, Pasztraining und alles, was man zum Handball braucht. Und da lernt man noch viele neue Sachen dazu. Also ich bin Anna-Lena, bin zwölf Jahre alt. Und ich bin Lena, bin auch zwölf Jahre alt. Und mir gefällt an dem Camp gut, dass es das Essen gibt und wir halt sehr viel Spaß haben. Das ist sehr gut. Ja, mir gefällt an dem Camp, dass die Betreuer auch mit uns in der Mittagspause sehr viel spielen und wir dann auch zusammen Spaß haben. Ja, es ist immer wieder toll zu sehen, wie super das Tusem-Albau-Camp hier angenommen wird. Wir hatten hier überhaupt keine Probleme, 60, 65 Kinder zu finden, die daran teilnehmen möchten. Und wenn man dann in die Hallen guckt, wie viel Spaß die Kinder haben, ist das einfach klasse. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eben ganz tolle Trainer haben, ehemalige Nationalspieler, junge Spieler, die in der zweiten Bundesliga spielen und die eben auch ein bestimmtes Fachwissen haben und die Kinder einfach mitreißen können. Und ich denke, so diese Mischung aus Lernen und dann so Trainingsspiele zu machen, das ist eine perfekte Mischung. Und von daher freuen wir uns natürlich, dass wir als Albau AG hier mittendrin sein können. Ja, also ich bin die Xenia, bin zwölf Jahre alt und mir gefällt es hier ganz gut, weil wir kriegen hier Mittagessen. Wir werden hier gefördert und es macht eigentlich ganz viel Spaß. Wir veranstalten vom Tusem inzwischen gemeinsam mit der Albau unser sechstes Tusem-Albau-Camp. Er freut sich hier in Essen und im Ruhrgebiet sehr großer Beliebtheit. Die Kinder sind im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Wir teilen sie in drei Gruppen auf, circa 20 bis 22 Kinder, um sie eben dann altersgerecht optimal fördern zu können. Gefördert werden die Kinder vor allem in den Bereichen Motorik, Koordination, genauso aber in handballspezifischen Dingen wie Grundtechniken, aber auch schon taktischen Dingen. Dennoch, über allem steht der Spaß, den wir hier haben wollen und den können wir eben hier hervorragend rüberbringen und freuen uns jedes Jahr wieder, wenn Campzeit ist. Ich heiße Linn Lambert, ich bin elf Jahre alt und hier gefällt es mir ganz gut. Hier lernt man viel, hier hat man auch Pause und gibt auch Mittagessen. Ja, also mir gefällt es hier ganz gut und mein Freund auch. Ja.